Hallo und herzlich willkommen zu einer Warenanfolge von Rebels 6 Siege Situationen. Geysel ist eine essentielle Fähigkeit. Du musst Deckung suchen und die Position gegen angreifende Feinde sichern, um die Geysel zu beschützen. Och nee. Du setzt ein SAS-Mitglied ein. Smoke ist mit einer ferngezündeten Gastroenter ausgerüstet. Zwinge Feinde zu einem Bodenangriff, indem du Sichtlinien blockierst und sie daran hinderst, die Geysel aus der Ferne anzuvisieren. Erhalte einen taktischen Vorteil. Erzeuge Engpässe und schalte Feinde auf dem Weg zu deiner Position aus. Smokes ferngezündete Gasgranaten sind eine effektive Abschreckung, um Feinde fernzuhalten. Okay. Der Feind formiert sich neu. Die Geysel sichern. Alleine ist es ein bisschen schwieriger. Ja. Zeiglicher Angriff. Die Geysel absichern. Vonee. Die Geysel absichern. Vonee. Die Geysel absichern. Zeit, die Geysel absichern. Die Feindkämpfer wurden neutralisiert Der Feind formiert sich neu, Bereich sicher So, Alter Feindlicher Angriff, Kampf bereit machen Loll Ok Letzte Wave, oder? Die Geisel absichern, Feinde nähern sich Ach Mann Ich frage mich, was meine, wie soll ich sagen, meine Ult oder so kann Das war auf jeden Fall heftig gerade Ja, easy game Oh Gott Für Erste Ding weiß ich, wo ich campen werde Feindlicher Angriff, Kampf bereit machen Ich frage mich, wo ich gehe Ich trete mich, wo ich bin Beide ich Ich frage mich Was Ben Die Feindkämpfer sind eliminiert. Die Feindkämpfer sind die Feindkämpfer. 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 Ach so, ja. Es ist normal, dass man zu Terroristen eine Person hinschickst. Ich mein, wer macht das, ne? Ich mein, ich würde auch sagen, dass ich über mein Leben was war hier. Ich mein, wer macht Ich mein, wer macht Okay. 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 ne hier lauf ich mal lieber so ne das war vorhin der Bombermann so Turn 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 turn. Okay So Achso Leute ich konnte gerade dadurch Leben heilen So 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 Okay, ach, da ist dieser hässige Typ da, ich würde sagen, machen wir hier mal einen kleinen Durchbruch, oder? Oh, ich meinte natürlich, kleinen Durchbruch. Ach man. So, ich wusste nicht, dass da auch Medic dabei ist. Vamos. 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 Okay. 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 Dämmsen. Okay. Genau, genau. Okay. Okay, da muss ich so reingehen. Na dann grüße ich den mal in Happy Hour Holiday. Hä? Ja, wo soll die sonst sein? Ah ne, das ist doch nur nie. Ja, was glaube ich von Leben? Ja, muss ich halt da lang? Ja. 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 Okay. Viele Leute sind übrig. Ah, okay, da gibt es ja noch einen oberen Raum. Oh, okay, da gibt es ja noch einen Raum. Okay, maximal vier Leute leben noch oben. Ich kann halt auch nicht schauen, oder? Wo jemand ist, oder? Doch, oh. So, ist das auch noch möglich in dem Spiel? Jawohl. Da ist doch safe hinter jemandem, ne. Da ist niemand in dem Raum, okay. Ah, so. Draußen. Okay, ein paar von denen sind draußen. Okay. 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 aja, also wenn HElle j guides auch irgendwas abzeilen. denken so, Allesiya! Und daaas wars. von Ryanbores Sigわかmaß. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.